Fahrel, eine Weltstadt oder ein Provinznest? Keines von beidem. Die Stadt hat zwar keine Oper, aber viel zu viel zu bieten, um verschlafen zu sein, antwortet Hergen Eilers am Samstagmittag beim Neujahrsanfang der Fahreler CDU. Dem Stadtverbandsvorsitzenden der Christdemokraten schloss sich Bürgermeister Gerd Christian Wagner an. Es ist ein vitales Mittelzentrum, das allen Krisen trotzt. Über 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen waren ins Waisenhaus gekommen. Um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und auf das kommende vorauszuschauen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Fahrel ist gut und die Signale für das kommende Jahr positiv. Rückenwind gebe der Jade Weserport, der Bau der Küstenautobahn 20, die Stärkung der Hochschulstandorte in Wilhelmshaven und Oldenburg, sowie die gute Infrastruktur und der voranschreitende Breitbandausbau für schnelleres Internet. Rückenwind 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 Rückenwind